Oh nein, nicht dieses Gebiet. Oh, ich hasse dieses Gebiet. Oh Gott, wir haben sie im Leben. Ich will nicht eine verlieren. Wir brauchen alle. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen alle, alle. Definitiv. Keine Tür. Ja, es auch tut. So schön gerade. Nein. Geh weg. Oh, nein. Nein. Siegt er, ich habe gedrückt. Mann, nein. Ihr denkt, ich lüge, ne? Ihr denkt, ich lüge. Ich schwöre auf alles, ich habe gedrückt. Mann. Was ist das? Geh weg bis, mach Anlauf. Der kommt sofort noch mal. Alter, das ist... Nein. Nein. Wieso bekomme ich das Leben, äh, dieses Pilz nicht? Wieso? Wo? Muss ich etwas drücken, damit das runterkommt? Ich glaube, oder? Warte, ich drücke Select. Ja, full sleep. Okay, fünf Leben habe ich noch. Leute, ich glaube, wir schaffen das. Mann. Geh weg. Du Apfelsohn, geh weg. Mal Platz. Aha. Oh Gott, ich habe dich so lange gesucht. Ja, wir müssen geduldig spielen. Sehr geduldig. Aha. Wow. Wieso? Ich habe das gar nicht gewusst, dass man da runter kann. Hey. So schön. Oh Gott. Glaub, Bruder, glaub. Oh nein. Was ist das jetzt schon wieder? Oh nein. Wieso habe ich es getötet? Ja, geschafft. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Wie viel Leben? Fünf. Pfuh. Ist wenig, aber egal. Aha. Oha. Checkpoint. Gut, gut. Yoshi, wo bist du? Du Verräter. Oha. Er ist hier. Oh mein Gott. Wie kannst du das? Wie kannst du mich immer verlassen? So. Ruhe bewahren. Nein, genau das wollte ich nicht. Das ist so eine Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Du bist so ein... Ey. Nein. Alter, nur damit ich ihn nicht verliere. Der folgt mich sogar. Was ist das für ein Spiel, ey? Oh. Endlich. Okay. Wir haben noch 60 Minuten. Gerdig. Egal. Scheißegal. Hauptsache, wir sind auf der anderen Seite. Oh mein Leut. Das ist so brutal. Okay. Okay. Was ist los? Er lässt... Oh nein. Er... Wieso nimmst du Yoshi nicht mit? Oha. Oha. Nein. Oha. Wieso muss ich als Baby Mario spielen? Wieso? Wieso bin ich nicht groß? Eintreffen und ich bin tot. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg. Nein. Er geht weg. Und ich bekomme es nicht. Oh scheiße. Das war knapp. Oha. Also ich glaube, jetzt schaffe ich es. Ich habe ein gutes Gefühl. Ladies and gentlemen. Geht weg. Ich glaube, wir schaffen das. Oh Gott. Nein. Oh. So ein Mist. Wo fliegst du? Jetzt langsam kann ich es auswendig. Horror. Oh nein. Die Zeit läuft. Oh. Ich habe kein Geduld. Ich will weiterkommen. Komm schnell. Aha. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Wieso springt er nicht? Wow. Aha. Okay. Okay. Ich warte. Ich warte lieber. Nein. Ich kann nicht warten. Okay. Ich warte. Definitiv. Definitiv. Aha. Jetzt. Endlich. Halleluja. Geh weg. So. Jetzt. Wir müssen da ganz hoch. Vielleicht bekomme ich noch ein Leben. Wir brauchen. Definitiv. Okay. Gib, gib. Fünf Leben habe ich. Okay. Da muss ich auch mega aufpassen. Weil. Ich will nicht alles nochmal machen. Scheiße. 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 Gut, gut. Wir haben jetzt eigentlich, ja, zwei Leben. Ne? Das bedeutet, wenn ich so zum Boss gehe, ich könnte ihn wirklich schaffen. Oh nein, Pilz ist auch weg. Oh mein Gott. Ey, was ist das? Ich bin verflucht. Alter, ich bin verflucht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe kaum gesagt, er sieht gut aus. Weil ich habe noch den Pilz. Und was passiert? Genau aufs Wort. Sorry. Wow. Alter, was ist das? So krass. Ey, das ist so krass. Wirklich. Siegt her. Mann. Oh, Scheiße. Na toll. Jetzt habe ich vier Leben. Oh nein. Immer wenn ich, genau, immer wenn ich was sage, passiert was. Ich bin voll verflucht. Aber voll. Wieso wohl? Oh. Scheiße. Mann. Geh weg. Siegt er. Ich glaube es einfach nicht. Ich will. Aha. Aha. Guck, er fällt ganz runter. Wirklich das Spiel. Ich habe mich so gefreut. Ich habe so gut gedacht, das Spiel. Wo gut. Wo? Eine Stunde braucht er, bis er mal rauskommt. Aha. Nein, nein. Oh, wow. Show, ha? Ja, show. Ja, fünf Leben. Oh mein Gott, endlich. Jetzt fühle ich mich schon sicher da. Nein. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Beeil dich, beeil dich. Mach, mach. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Komm. So. Okay, wir haben nicht mehr lange. Bist du ein Boss? Oh nein. Nein. Okay. Okay, wir haben noch vier Leben. Don't worry. Be happy. Wir schaffen das. So oder so. Okay, ganz Ruhe. Ruhe bewahren. Okay. Nein, nein, nein. Nicht zurück. Wo gehst du? Okay, alles gut. Alles gut. Wo guckt der? Okay. Okay, nicht beeilen. Nicht beeilen. Sehr konzentriert. Bitte. Ich will das Spiel nicht hassen. Ich will schön vorankommen. Ich will schön vorankommen. Wo kommst du voran? Zwei Stunden. Kann man fahren hier? Oh nein. Bitte. Oh Gott. Das Gebiet macht so viel Spaß, als ich dachte. Ja. Ich gönne mir. Ich will mich nicht. Ich will. Ich will. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. ja ich habe noch ein pilz also wenn das jetzt nicht schafft dann und nein ich will unbedingt schaffen ja immer wenn ich viel leben haben konzentriere ich mich nicht ja ich bin so falsch ich bin so falsch oh gott aber ich habe das gefühl wir werden ohne um nein fast ich bin fast gestorben schon wieder konzentriere dich das horrorspiel so 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 oh man oh man ja wir haben es geschafft boss time oh man so 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 Ich habe das Gefühl. Wo ist das Problem? Komm, komm. Ich zeige dir, wie groß die Welt ist. Ja, nein. Er lebt noch. Doch. Geschafft? Nein. Dankeschön. Endlich. Halleluja. Oh. So schön. Endlich haben wir es geschafft. Oh Mann. Ohne Scheiß. Ich habe Krise bekommen. Wirklich. Ich bin müde geworden. Das Spiel macht müde. Meine Güte. Endlich. Oh. Alle sagen endlich. Ja, safe. Aber very, very safe.